Zurück hätte ihm den freien Raum vor das Tor eröffnet, aber leicht gesagt in diese Situation. Und jetzt ist der Ball drinnen! 1 zu 0 für den Lask. Viel Platz auf der rechten Seite, viel Zeit auf der rechten Seite und dann wieder viel Platz beim Kopfball. Und dann jubelt er. Sie hören es im Hintergrund. Leonhard Kaufmann, der Mann mit der Nummer 11, er löst den Lask. Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte und bringt die Linzer mit 1 zu 0 in Führung. Ich glaube, es gibt eine Variante, wie in Hälfte 1 bei der Kopfballchance durch Mendes. Naja, das war ein Direktschuss und der war abgefälscht und ist drinnen. Roman Wallner, Tor Nummer 13 in dieser Saison. 1 zu 1. Tränen nimmt es trocken zur Kenntnis. Oh, da hätte man aber durchaus auch auf Foul in der Mauer entscheiden können. Vielleicht können wir uns das noch einmal anschauen. Der Salzburger, der hier die ganze Mauer richtig wegdrängt, zur Seite drängt und damit den Platz macht für den Ball. Der nicht nur an der Mauer vorbeigeht, sondern auch noch leicht abgefälscht wird. Vielen Dank.